Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ja, wir sind am Ernten wie die Weltmeister, wie die Waldmeister. Wo ist denn jetzt mein Drescher? Mein Drescher haut mir ab. Ja, er kann nicht mehr weit kommen, weil der gleich voll ist. Macht nix. Ja, wir haben vier Felder gerade am Arbeiten, wobei es stimmt nicht ganz. Auf Feld 9 ist gerade nichts los. Da gehen wir gleich hin, den setzen wir gleich um auf Feld 12 und arbeiten von da aus dann weiter. Und ja, wir sind auch am Strohpressen schon auf einem Feld. Ich werde gleich nochmal mit einem Traktor runterfahren zur zum Rinderhof. Da steht meine Ultima noch. Ich werde dann die Ultima mal holen. So, jetzt fahr da gefälligst runter und tank den ab. Los, will ich eben sehen. Jawoll. Okay. So. Das läuft. Oh, wollen wir gleich mal gucken, wer seine Ladung los wird. Nicht, dass die Brauerei gleich voll ist. Schon mit Hopfen. Und wir nix mehr los werden. Okay. Ja, das sieht gut aus. Da sind wir auf Feld 9. Und wir wollen aber ja rüber auf Feld 12. L12. 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 Dreschen. Nur eben gucken, wo der Kurs anfängt. Er fährt sich da mal wieder ein Wolf. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, toll, er fährt. Und er hat es mit dem Kreislauf, oder mit der Kreisfahrt, kann ich das denn einstellen. Und der Kreis. 30 Meter. So, jetzt sollte er abfahren. Jetzt fährt er bestimmt da oben wieder... Nein! Der Kurs ist scheiße eingefahren. Fiesenjungen. Na los, nun komm. Nun komm, da weg. Oh Mann. Wir haben jetzt auch keine Lust, jetzt hier abzukoppeln. Nur wegen dem. Ach du Scheiße. Ja, da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als abzukoppeln. Und dann mal zu gucken, wie ich den dann da wieder aufs... ...auf die Straße krieg, vernünftig. Boah, jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Boah, kann man auch fahren. Muss man nicht, aber kann man. Okay, den Kurs, den werde ich wohl noch mal neu einfahren müssen. So, dann fahr man erst mal. Oh, ey. Kein Drescher in Reichweite. Ich glaube, es hackt hier. Ey, also, Leute. Das habe ich schon schöner gesehen mit Cosplay. Ich weiß, dass ich hier die Entwicklerversion benutze. Aber, die geht gar nicht. So, dieser hat der durchdrehende Reifen. Ja. Ja. Auch schön. So. Okay. Okay. So. Ach man ey. Ja, der Kurs ist schon. Scheiße. Klar, weil er diesen schrägen Kurs irgendwie hat. Laufen wir hier einmal rum noch ein bisschen. Nicht dein Ernst hier. Was, wie fährt der denn? Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Hey. Das kann hier nicht Sinn und Zweck von Cosplay sein. Ich weiß, der Kurs sieht komisch aus. Aber das kann hier auf gar keinen Fall Sinn und Zweck sein. Boah, der nächste mit durchdrehenden Reifen. Jetzt taucht er noch nicht mal zum inneren Pfeife rauchen im Augenblick. So. Wo liegt hier das Problem? War jetzt hier sinnlos den Kurs ab, oder was? – Wollt ein Zeug oder was Sie? So. Untertitelung des ZDF, 2020 Mal gucken, wo jetzt hier der richtige Anfangspunkt ist, ob das hier jetzt passt oder was. Ich weiß es nicht. Soll er mal rausschmeißen. Mal gucken, was unsere Abfahrer hier so machen. Okay, er ist hier wieder angekommen. Muss ich mir jetzt mal sagen, dass er auf Feld 12 suchen soll. Ah, er hat er gefunden. Dann dauert es ein bisschen länger. Hey, riecht mich nie auf. Ja, ganz toll. Meine Kurse taugen nix oder... Ich weiß es nicht. Oder die Fahrzeuge taugen nix. Kann es nicht sein. Bleiben mir jetzt mal eben hier mit bei, was er abgeladen hat. Und dann fahren wir eben vorne zur Aral. Wir tanken den auf. Da ist ja irgendwo eine Aral-Tanke. Auch wenn er in der Zwischenzeit an der Lexion steht. Das geht mir gewaltig auf den Keks, gerade mit dem Crossplay. Aber sowas von... Das macht sowas von keinen Spaß. Ah, ist umgekommen. Wahnsinn. Das ist hier eigentlich auch eine Tankstelle, hier unten. Einmal leer machen. Ich fahre das auch nur hier unten hin, weil es einfach am dichtesten dran ist. Ich entlasse ihn mal, den Fahrer, und fahre mal eben tanken. Hier unten ist doch die Tankstelle, oder? War das nicht so, da bei... Bei Algen... Kostet mich das zwar Geld, aber... Besser als jetzt zum Hof zu fahren. Denk ich mal. Was steht da denn? Da steht Mais. Mais wollen wir nicht. Na bitte, da ist auch... Da bin ich mal die K compost. EIN reference. Die Kostet... Die Kostet... Eine Kostet... Das ist ein Kostet... Und halt... ... doch Aral, wusste ich es doch. Kann man einer Tankstelle so eine beschissene Zufahrt geben? Naja, nein, macht schon Sinn. Ja, ja, ja. Ich weiß, alles meine Schuld. So, einmal volltanken bitte. Und die Gelgo läuft nach unten. Und die läuft und läuft und läuft. Und der nächste, der im Verkehr feststeckt. Das ist zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen. Mann, 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 Mann. Okay, da kann jetzt fast keiner was für. Der bleibt gleich stehen, der Drescher. Wir steigen eben aus. So, einmal abbunkern, bitte. Oh, der nächste hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ich werde weich hier. Ich werde weich hier. Echt weich hier. Ja, ey. Es macht keinen Spaß. Alleine kann ich das nicht alles schaffen. Das geht nicht. Ich... Wo gehst du denn schon wieder hin? Wo gehst du denn schon wieder hin? Warum fährst du hinter einen Drescher? Der Drescher ist noch nicht mal annähernd voll. Noch nicht mal annähernd. Oh, Mann, ey. Zieht sich alles. Es nervt. Nervt echt. Ich... 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 Verdammt noch mal durchdrehen will. Ich... 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 Bist du bekloppt, oder was? Ey. Wie kommst du hier überhaupt hin? Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wände auf dem Feld. Ja, ist aktiviert. Verdammte Axt, ey. Gibt es doch nicht. Echt ätzend. So, wo ist mein Land? Ey. Da ist mal Tankstelle statt. Da, er ist voll schön. Wenigstens etwas, das klappt. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar oder ein Like freuen oder ein Abo. Oder ein Abo. Ähm, ja. Sag ich dann mal, ciao. Tschau. Tschau.